Ja, liebe Fans, ein Punkt in Prägarten hätte ich wahrscheinlich unterschrieben vor der Partie, nach der Partie aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit fast ein bisschen ein weinendes Auge dabei, weil so aufgeopfert wird, wie wir es in der zweiten Halbzeit haben, also glaube ich in der ganzen Saison noch nicht. Also die Mannschaft lebt, Gott sei Dank, wieder nach sehr vielen Rückschlägen und mit ein bisschen Spielglück und einer besseren Schützrichterleistung, wer der Sieg heute hundertprozentig zur Union- und der Tischenflug eingangt hat.